Hallo ihr Lieben und willkommen bei diesem neuen Video. Heute war der letzte Tag in Litauen. Wir waren hier in Klaipeda und wir hatten hier ein Apartment und heute geht es weiter nach Lettland, ein neues Land also. Und wir haben einen Zwischenstopp und wir fahren mit dem Auto. Wir sind hier im Cold War Museum. Hier wurden Raketen gelagert von der Sowjetunion und sie könnten die Raketen halt auf jede Stadt, damals auf jede Stadt in Europa schicken. Also keine Angst haben. Jetzt haben wir uns dann in Ge tutorial. Auf Wiedersehen. Erregere uns die Spiel entitled Abbaute im Nordischenantaorか. Ein Apps auf die researchers in den Bauche gerade zu errichten, Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir waren gerade eben im Cold War Museum Ich fand es selber ein bisschen gruselig, weil da standen überall Puppen und so Aber es war sicherlich sehr interessant Und unser nächster Stop ist Goldingen Und da gehen wir jetzt hin, in 3, 2, 1 So, endlich dein Königer Noch eben jetzt ausruhen und eben zum Wasserfall hier So, ich stehe hier jetzt beim breitesten Wasserfall von Europa Und wir gehen da gleich noch eben schwimmen Und ja, wir waren gerade eben schon einmal drin Also nur mit Füßen dann Und hiermit beende ich dann das Video Und Tschüss!